So Leute, der Shop aktualisiert sich in ganz genau 10 Sekunden, falls ihr neu seid, würde ich mich selber ein Abo freuen, aber natürlich nur, wenn ihr Bock habt. Eigentlich müssen heute die NFL Skins kommen, also diese Football Skins und ja, wir bekommen die Football Skins, das ganze Set, nice, schauen wir uns auf jeden Fall jetzt an. Sehen auf jeden Fall so aus, alle ziemlich gleich, außer von Hautfarbe her, haben wir hier noch verschiedene Stile, die könnt ihr euch glaube ich selbst alle anschauen, werde ich jetzt nur hier ein paar zeigen. Sehen auf jeden Fall ganz cool aus, kann man sich auf jeden Fall geben, sind auch nicht zu teuer. Dann haben wir hier natürlich noch die Frauen, sehen auf jeden Fall so aus. Dann haben wir hier noch die Schiedsrichter, sehen auf jeden Fall einmal so aus. Boah, drei Spitzhacken, ja moin, und die weibliche Variante, da haben wir hier noch drei Spitzhacken, hören sich auf jeden Fall so an. Da haben wir die hier noch. Und den passenden Hängegleiter Touchdown, ziemlich cooler Hängegleiter. Dann haben wir hier noch T-Post Emote, ja, müssen eigentlich auch jeder kennen, nichts besonderes. Und Disco Fieber. Ja, und die Battle Pass Stufen und hier Siegesrunde, hat sich auf jeden Fall so an. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Shop Video, haut rein, bis zum nächsten Mal Leute, ciao. 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 Ciao.